Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo! Heute haben wir was ganz Spezielles vor, und zwar werden wir Missionen machen. Ja, und... Mission completed. Noch nicht completed. Und wir werden dazu ein Sumpfgebiet durchstreifen. Denn hier gibt's ja einiges zu sehen, und das wollen wir uns natürlich anschauen. Und hier einmal rüber zu unseren Dinos. Ich hab ja gesagt, wegen den Namen und so weiter. Es gab zwar ein bisschen Namen, aber viele waren damit einverstanden, dass er so heißt. Hat sich nichts verändert. Er heißt immer noch Blue. Und das wird dann auch so bleiben halt. Aber wie gesagt, das sind nicht die ersten Raptoren. Dann haben wir ja Yuki hier, kennt ihr ja, und unser Capri-San. Capri-San! Und den Capri-San können wir natürlich auch leveln. Und zwar einmal auf Leben, bitte. Na, Kleiner, was los? Hat der immer schon so komische Narben in seinem Maul? Keine Ahnung, da fragst du mich jetzt was. Das sah aus wie seine Schuppen an, sein Körper. Da! Als ob er schon von innen drinnen aufgefressen wurde. Ganz komisch, ganz seltsam. Was tun Sie da bitte? Ich verändere nur eine Kleinigkeit, alles gut. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich bin gar nicht hier. Nicht aktiv. Jetzt haben wir drei tun nebeneinander. Hättest du dich dann einfach einen größeren Schrank bauen können? So, pass auf. Also, wir wollen sofort gleich loslegen. Die Base bauen wir nochmal ein andermal. Vielleicht auch in dieser Folge mal gucken. Genau. Und eins habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Resistenz. Wie gesagt, ich habe das Spiel auf Deutsch. Ja, ich weiß. Ist ganz komisch, das zu kennen. Ich kenne es nur halt auf Englisch. Aber, wir wollen jetzt, warte mal, bevor wir jetzt hier losgehen, eine Forge wird gebaut. Damit wir ein Metall bekommen. So, einmal dorthin bitte. Haben wir nur zehn Metall bisher? Das scheint wohl so, wa? Oh my God. Ey, warte mal. Hast du hier Schuhe oder so drin? Mir fehlen Schuhe. Ich habe keinen Bock, die zu... Geh mal weg hier. Alter, gehen Sie mir mal aus dem Weg hier. Hallo? Sieh mir mal aus dem Weg hier. Also ehrlich, ganz unerhört hier. Ja, 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 ja. So, pass auf, Gary. Dann schwing dich auf deinen Raptor drauf. Denn jetzt geht es los. Schwinge die du. Warte, nimm dir drei Fackel mit. Dann lass uns mal weg hier. Wir kommen ja gut zu hier. Betten sind ja da, oder? Ja, Betten sind da. Okay, pass auf, dann... Wo sind wir denn jetzt genau? Okay, wir sind dort. Das Sumpfgebiet scheint nach vorne aufzuhören. Deswegen gehen wir hier erstmal geradeaus. Sollen wir gucken, was findet man hier im... Aua! What? Ah, ist nur der Sacko. Alles gut. Oh, kam wo links. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Deswegen, komm sofort hierher. Schlangen gibt es auch hier. Alle, Achtung. Er hat meinen Raptor. Hilfe. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. No way. Na. Lass ihn. Okay. Schau mal sehr gut. Ich wollte noch was sagen. Oh mein Gott, zwei Sackos. Komm, weg hier. Ja, okay, weg hier. Unsere Raptoren, das haben wir auch nicht verstanden, warum die zur Zeit so viel abziehen. Ich habe keine Stamina mehr. Ich habe in den Einstellungen von Ark, habe ich alles nur auf Standard gemacht. So, deswegen, ich muss doch gucken, ob da irgendeine Einstellung falsch ist. Aber wir müssen gucken. Komm, Gary. Los, komm. Komm, 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 komm. So, hier rüber am besten, weil da vorne ist ein Bari. Ja, schön. Ich habe es verpackt. Äh, verkackt. Ja, zwei Sackos kommen runter zu dir. Ja, ja. Die sind schneller. Pass auf. Hi. Okay, geht es dir gut? Ja. Oha. Oha. Stell dir vor, der hat mich gepackt. Oha. Ich bin weg gewesen. Oha. Oh, guck mal hier. Beautiful. Ach, guck mal. Die haben das Wasser ja verändert. Guck mal, es sieht schöner aus, wenn es runtertropft. Anstatt einfach so eine komische... Ey, das Baryonyx. Lass doch einmal herumgehen, bitte. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Wollen wir mal runtergehen? Ja, okay. Oh, guck mal, was ist hier denn? Oh, guck mal. Oh, hallo Schweinchen. Das ist eine kleine... Nee, ist keine richtige Höhle. Schade. Oh, schon wieder Kapo-Suchus. Schaffst du es? Der hat meinen Kapo-Suchus an meinen Raptor gepackt. Ach, Gary. Sie sieht aus wie Kapo-San. Ja, ich komm schon. Gary, was tust du? Ja, nicht. Okay, er ist tot, er ist tot. Mein Raptor ist halt nicht der Schnellste. Ja, komm, pack die Sache ein und dann ganz schnell weg hier. Oh, schade ist er. Oh, danke für den Schmerz hier. Das ist richtig kacke. Pass auf rechts von dir. Hinter ihr, rechts neben ihr. Fünf Meter weiter entfernt ist ein Baryonyx. Ich war hier im Inventar. Oh, schon wieder. Komm weg hier. Oh, hier geht's hoch. Oh. Ich hab eine helle Erleuchtung. Ja, das ist mir egal. Alter. Das ist hübsch hier. Ist das hier die höchste Stelle? Keine Ahnung. Oh, es sieht schön aus hier. Ja, es sieht seltsam aus irgendwie. Gary, hier war was Unsichtbares. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Hoch, einfach hoch. Ja, ich bin oben. Was war das? Eva, warst du das? Eva? Eva? Tschüss. Meine Eva ist weg. Warte, ich komm mit. Da war was Unsichtbares. Pass auf. Glaubst du hier keiner hoch? Nee, wa? Nee, ich glaub, das ist das höchste, was wir können. Mist. Okay, follow me. Komm. Und runter hier. Ja, ja, spring in den Capro-Suchus rein, los. Welch Capro? Muss keiner, alles tut. Ich meine, spring in einen rein. Komm, easy. Das Sumpfgebiet ist nicht so gefährlich. Nur die Mücken sind gefährlich. Und Capro-Suchus manchmal. What? Was ist das? Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Was ist das? Es kommt von oben. Eine Spinne. Oh, es kommt von oben, die Spinne. Das ist Spider-Man. Warte, Gary, warte. Ich kann von hierher nichts machen. Warte, Gary. Da hängen zwei Stück, ich kann nichts machen. Was mache ich jetzt? Hä, es ist gezähmt von 78%. 72, 74. Es hat nur Level 4. Gary, ich kann nichts machen. Ich will jetzt gar nichts zähmen. Oh Gott, Gary, ich sterbe gleich. Ja, du hast ihn mit Stürzen gemacht. Ich hab ihn. Was? Darum hängt noch einer. Pass auf, ne? Ich wollte das nicht. Hä? Ich wollte das nicht. Gary, ich wollte ihn nicht zähmen. Leute, wir wollten uns das aussparen. Ich wollte ihn nicht. Ja, wir hatten vor der Folge extra noch geredet. Der DC-Wort sah nicht. Alter, oben hängt noch einer. Hä? Hä? Siehst du ihn denn da neben dir? Ja, ja. Ich sehe ihn gerade neben mir. Ich bin... Gary, ich wollte das nicht. Er hat dich auserwählt. Ich bin der auserwählte. Gary, ich wollte das wirklich nicht. Komm runter da. Hä, ganz... Bin ich in ihn drin? Ich soll ihn abschießen, den anderen? Warte, nicht abschießen. Du musst... Pass auf, Gary. Ich stecke vorne an ihn dran, aber ich sehe mich nicht so wirklich nah. Okay, pass auf, Gary. Was soll ich tun? Ich sehe euch da unten in grün. Pass auf, warte mal. Ich versuche mal kurz, was? Links klick. Wer hat das? Warte, ich würde jetzt... Warte, wie viel Level hat der da oben? Warte, ich guck mal kurz. Ach, wie geiles Erden. 28 hat der da oben. Kacke. Ist der geil oder geil? Den hat er. Oh mein Gott, er hat mich in den Händen. Der hat sich richtig mittel fest. Wie geil ist das denn? Du fliegst. Oh mein Gott. Glaubst du, wir kriegen den da oben auch? Level 28. Wen hat er? Ja, viel Spaß beim Sterben. Guck an. Sehnt er dich automatisch, wenn er dein Blut abzieht? Guck mal nach. Hallo. Alter, wie geil ist das denn? Same-Effekt bei 30%. Ja, aber ich werde es nicht überleben. Er hat 11%. Ich habe Half-Life. Okay, pass auf, warte mal. Ich rufe kurz die Dinger hier weg. Ich habe eine Spinne. Hier ist alles rot, Gary. Oh, 24% hatte er. Ich habe eine Spinne. Ich habe Spiderman. Pass auf, mein Inventar auf. Was rückst du da weg? Nein, ich will doch ein Bett bauen. Ich lasse sie auf Neutral, ja? Du bist ja fast tot. Ja, der hat mich ausgesaugt. Alter. Das soll doch sein. Gary hat mich schon wieder. Oh, shit. Hast du sie auf Passiv gepfiffen? Ich habe auf Neutral gepfiffen. Dinos! Nein! Nein! Bitte! Scheiße! Pass auf, Überlebender! No! No! Wir sind aber nicht so weit weg, Gary. Guck auf eine Karte, wo wir sind. Wir sind nicht weit weg. Wir müssen sofort hin. Oh mein Gott. Hä? Aber ich dachte, die hängen an Bäumen. Aber ich hoffe doch. Aber der hängt an der Wand. Wie eine kleine, wie eine kleine Spinne. Ja. Spiderman. Ich habe Spiderman. Das war, das war die, das, die, die heftigste, die, die Fifty-Fifty-Zähmung war das. Oh mein Gott, sind da viele Schwerer. Ja! Nein! Bitte nicht, bitte nicht. Warum bist du denn hier unten? Greife an, um zu entkommen. Spiderman, schon wieder. Er hat mich schon wieder? Ja, noch einer. Oha! Hä? Ich fliege? Der hängt hier oben? Oh mein Gott. Ich habe die Viecher echt unterschätzt. Wir brauchen doch Bloodpacks. Wir brauchen Bloodpacks. Dankeschön. Dankeschön, Mücke. Ey, Spiderman. Ne, die Zähmung. Wenn er dich isst, dann zähmt man ihn auch. Er saugt Blut aus dir raus. Ja. Ja, super. Die Metrodon. Hallo. Kinder, herkommen. Kinder, kommt mal her. Komm mal her. Oh, Spinne. Ich habe dich die ganze Zeit noch nicht gesehen, Mann. So, ihr seid auf neutral, ja? So, Spinne. Ich gehe auf dich drauf. So, Gary. Ich warte auf dich. Ah, shit. Ja, der da oben ist aber in der Gefahr. Jo, Mücken, komm. Man kann mit ihm gar nicht angreifen. Kann das sein? Wie funktioniert der? Noch ein Kapus, auf was nicht gut. Oha, Gary. Der ist ultra geil. Mal sehen. Wenn ich jetzt da hin mache. Oh. Oh, das ist Spider-Man. Also, wie lasse ich los? Das ist wie Attack-O- Okay, Rechtsklick. Einfach Rechtsklick. Okay. Sollen wir sehen. Kapton mitkommen. Oh, er hängt immer noch da oben. Wie kriege ich da meine Leiche wieder? Sollen wir sehen. Ah, schon wieder. Ach, bitte. Tippe, Hilfe. Komm her, Junge. Saug mich ein. Saug mich ein. 14,5. 16,4. Gary, komm her. Töte dich. Ich hätte ein Bett hinbauen müssen. Jetzt kommen die Kackmücken. So, warte, ich gucke, ich gucke mal kurz, wenn du stirbst, wo das ist. Nein, der hat mich schon wieder. Okay, ich glaube so. Das darf doch nicht wahr sein. Ähm, Kinder, hierher. Hierher, Kinder. Warum kann ich nicht auf die... Oh, Mann. Kannst du dich nicht befreien? Da stimmt doch. Du kannst nicht befreien. Ich bin nicht, komm. Ich bin nicht, komm. Aber ich sterbe. Sei vorsichtiger. Ey, ich bin gar nicht weit weg. Also, Leute, kurze, ähm, kurze Anleitung. Kurze, ich sag mal kurz was zu den Dingern. Also, ähm, das ist ja ziemlicher Abfuck, wenn die dich die ganze Zeit vom Dino runterpacken. Also, das ist ja ultra Abfuck. Aber ist geil irgendwie. Ja. Ich bin jetzt erst mal beim Baum. Hä? Oh, ich dachte, der hat eine Kurzreaktion oder so. Okay. Ich warte. Nein. Ah. Oh, Baby. Oh, Baby. Ich bin arg wieder dran. Ich schaffe alles zu ihm, komm. Easy. Ja, ist klar. Von wo denn? Da hast du gleich noch einen gezählt. Guck mal, wie weit. Guck mal, wie weit. Guck mal, wie weit die zielen können. Alter, noch nicht mal Spider-Man kann das. Guck mal. Ich war 100 Meter weit weg. Da oben hängt noch einer. Wenn du runterfällst, meinst du? Naja. Also, Blutjäger heißen sie. Das ist schon, das ist schon... Minimal schräg. Belastend. Blue ist hochgezogen worden. Was? Blue ist hochgezogen worden. Warum ist er hochgezogen? Stirbt der oder was? Hier von dem Viech taugen. Warte, Blue hat aber mehr Energie als wir. Vielleicht kann er ihn zähmen. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ist er immer noch oben? Ja. Ach du Kacke. Na, ob er das aushält, ich glaube nicht, ey. Nein. Blue ist tot. So, ich habe Blue und den Blutjäger zur Seite gebracht. Ja, Blue ist aber tot. Der kann sogar Dinos hochziehen. What the hell? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, tatsächlich. Boah, das sind die Abfucker hoch 10, Alter. Komm her, Blue, die geht kurz weg hier. Gary, Sarko, komm. Sarko, komm. Wo ist er? Wo ist er? Ach, da, komm. Ja, ich würde gerne auch angreifen. Aber ich habe... Wer kann mich runterpacken? Ja, Töne... Wie greife ich denn an? Ich weiß halt echt nicht, wie ich angreife. Ja, ich kann nicht so... Hä? Du hast ihn gepackt! Oh nein! Ich wurde gepackt, 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 Warte, 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 warte. Kann ich dich irgendwie retten oder so? Nein, ich glaube nicht. Oh, scheiße. Warte, warte, warte. Hast du Blutpacks oder so? Ja. Warte, du hast... Du wirst gerade gezogen? Ja. No way. Er fließt gerade meine Blutpacks. Und... 75, 85, 94... Kriegst du ihn? Ich hab ihn! Oh, und ich dachte, ich hol schnell meine Blutpacks und so. Komm hier runter. Ey, ich weiß echt nicht, wie der funktioniert, ne? Ich komm damit nicht klar. Ich hab ihn! Alter, wie geil ist das denn? Das war Herr Schaff. Er hat den letzten genommen, da war ich mal 85. Warte, pass auf, ich mach mal kurz die Mücken hier weg, damit wir alles genug angucken können. Okay, pass auf, sie hauen ab. Warte mal, zeig mal her. Oh, ich bin hier noch festgemacht. Ups. Ja, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Mach mal... Erst klick weg. Hab ich gehört? Ach, du Kacke. Komm mal her, komm mal her hier. Warte mal, zeig mal. Was da... Nicht bewegen, nicht bewegen. Oh, hier sind Bären dran. Cool. Du zitterst zu schnell. Du kannst hochspringen, wie ein Flumi. Ja, halt gedrückt. Ja, aber warte kurz. Nicht bewegen. Okay, ich beweg mich nicht. Alter Schwel. Und wie er dich echt packt, das ist ja ultra geil. Das war aber. Du kleines Ultra-Abfuckviech. Ja! Ey, ich muss ihn jetzt kurz auch nochmal ausprobieren. Also. Ich will ihn auch ausprobieren. So, mal sehen. Also, rechts klick ist... Ich hänge fest. Ja, warte. Du musst gedrückt halten. Ach, rechts klick gedrückt halten? Gedrückt halten. Ich glaube, dann gingen sie beide ab. Ja. Ah, okay, okay, okay. So, mal sehen. Rechts klick drücken. Ziehen wir uns ran. Und nochmal gedrückt halten. Ziehen wir uns richtig komplett ran. Und wir fliegen wieder runter. Ja, moin. So. Leertaste gedrückt halten. Juhu! Guck mal, siehst du das, was ich mache? Ey, Gary. Man kann sich mit einem nur ranziehen. Auch so. Guck mal. Wie im Trailer. Wie machst denn du das? Einmal links klick so. Warte, jetzt muss ich Beidemann ausprobieren. Ey, pass auf deine Yuki auf. Blue ist halt eh weg. Also, von daher. Alter. Äh, hallo? Das war der Hammer. Ich hatte so ein Glück. Ja, aber man muss echt mal gucken, wie es funktioniert. Okay, also. Links klick so. Leertaste drücken. Einmal weg damit. Und links klick nochmal. Holy moly. Was ist das hier oben? Ist das eine Landschaft? Nee, okay. Ist Himmel. Oh. Ich hab da einen Spider-Man gesehen. Los, weg da. Alter, Leute. Die sind ultra geil. Die sind ultra geil. Ich hab ein Männchen. Okay, ähm. Wo bist du? Ich bin immer noch an derselben Stelle. Da wird angegriffen, da unten. Ja, ist nicht schlimm. Ist nur deine Yuki. Ich hab ja nichts mehr zu verlieren. Außer meinen Spider-Man hier. Yuki! Rette sie. No, sie ist ja tot. Yuki ist tot? Yuki ist tot. Wieso ist Yuki tot? Da kam gerade eine Anzeige. Sie wurde von den Kapu-Suchus wegge... Äh, die ist weg. Ja, GG. Spider-Man ist geboren. Warte, kann man sich hin und her schwingen? Ja, man kann sich nach links und nach rechts schwingen. Ach, wie cool. Und wieder runter. Ach, auf C können sie schlagen. Leute, schaut euch das mal an. Schlagen sie mit ihren komischen Fingern zu. Aber wo ist unsere Base? Gary, wir machen gleich noch eine Mission, ja? Ah, jetzt hab ich das mit Rechtsklick verstanden. Gary! Halt mal Rechtsklick. Und halt mal Rechtsklick gedrückt. Der pusht sich dann dahin. Leute, schaut euch das mal an. Jetzt hab ich's verstanden. Er ist wie ein Katapult. Hier. Okay, warte. Hier, pass auf. So, hier, zack. Und... Bam, Junge! Wie geil ist das denn? Aber ich find die Base immer noch nicht. Hier, zack. Ich bin da, glaub ich. Und? Ich bin gleich da. Okay, sag mal, wo die Base ist. Ich wirklich, ich finde sie nicht. Ich glaube... Guck mal, ich geb ihm mein Level. Mal gucken, was er macht, ja? Warte. Ach, voll die süße Stimme. Aber es geht voll schnell, ging das gerade. Ja. Was? Wie viel Leben hat der? Tausend noch, was? Ja, ich hab ihn grad einmal auf Leben geskillt. Sag, pass auf. Wir lassen die jetzt hier hin. Wir machen jetzt eine Mission, okay? Wir machen... Oh, wir brauchen unbedingt Fleisch. Wir müssen das Viecher verrecken hier schon. Echt? Ja. Wir haben nichts mehr zu tun. Ja, dann hol mal kurz Fleisch. Tut mir leid, Baby. Tut mir leid, dass ich nicht... Oh Gott. Meiner hat schon gleich Half-Life nur noch. Alter. Meiner ist ja richtig schwach. Wie viel Leben hat denn deiner? Ach, nicht viel. Wie viel? 400. Noch was hat er. Ah! Der Frosch macht mich fertig. Ich muss abhauen. Ich bin geflohen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er saugt mir Blut aus, Gary. Sobald er Schaden kriegt, er saugt mich aus. Wenn er die Hälfte hat, saugt er nicht mit an dich. Warte mal. Ich saug mal an den Frosch. Kannst du ihn saugen? Ich hab Spinnen jetzt gemacht, Anni. Hier, Gary, ich hab ihn gepackt. Guck mal hier. Ja, ich kann mich. Ich sieh's gerade. Wie geil ist das denn? Ultrageil. Guck mal, ich stech so richtig in ihn rein. Wie hast du das gemacht? Wenn er lila... Es gibt einen lilaenden Punkt auf ihn. Dann drück mal linksklick. Dann hat er ihn eingespinnt und dann zack, weg mit dem. Okay, Fische kann man nicht rausholen. Oh, hier. Wenn man linksklick gedrückt hält, dann will das wie eine Spinne machen und so fixieren. Ich hab einen Fisch getötet. Ich hab ihn aus Wasser geholt. Jetzt haben wir ihn sehen. Piranha. Komm, zieh, zieh. Ah, guck mal. Es funktioniert wirklich so. So, Gary, pass auf. Ja. Wir beide gehen jetzt zu Fuß jetzt weg. Wir haben genug jetzt experimentiert mit Spider-Man und mit... Blutjäger. Okay, hat noch keinen Namen. Äh, wir machen jetzt kurz eine Mission. Komm mit. Wir machen jetzt eine Dodo-Ball-Uhr schießen. Mission verfolgen. Und zwar ist die... Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen gehen. Komm mit. Hier sind diese komischen Bäume. Ach, hier ist das Gebiet. Ja, hier bin ich gespawnt letztens. Alter. Guck mal hier. Oh Gott, war kein Raptor. Alter, what the fuck. Das sieht Hammer aus. Das sieht echt gut aus. Ein X-Para. So, pass auf. Geh nur noch in K-Sicht. Das ist ja Raptoren-Gebiet hier. Also vom Gras her. Wir müssen hier weiter geradeaus. Wir sind fast da. Das sieht aus wie ein Boss-Gebiet. Aber hier gibt es keinen Boss, oder? Das wäre echt schade, wenn es hier keinen Boss geben würde. Alter, das Gebiet... Links, guck mal. Du darfst nicht zu mal ran. Die lassen dich einschlafen und töten dich. Die töten? Die töten einen, ja. Ey, aber das ist doch voll das geile Dingsgebiet. Dahinten ist es, glaube ich, ne? Ja, Dodo-Ball-Uhr schießen. Oh, ist das Basketball? Oh, hallo, du schöner. Hallo. Wow. Beautiful. So, Gary, komm her. Hast du einen Dodo? Wofür? Wir kriegen bestimmt einen hier. So, Dodo-Startball, ähm, für fünf Minuten. Es geht um Blau gegen Rot. Das Team, das am Ende des Timers das höchste Ergebnis hat, gewinnt. So, wir machen jetzt, äh, zwei Minuten. Vielleicht für einen Test Überlebender? Für einen Test? Okay, Gary. Das ist nur ein Test. Du gegen mich. Ich bin Blau, du Rot, oder was? Oder wer ist was? Ja, ich bin Rot. Ja, und ich krieg hier natürlich ne Behinderung hier. Alles klar. Okay. Okay, der Gold. Keine Ahnung. Komm her, zu mir. War hier nichts unter dir. Wo sind die Dodos? Ach, wähle ein Team. Wie kann ich denn ein Team wählen? Ach, Gary, warte. Ja, schön, wie krieg ich den da? Ja, warte, dann müssen wir gleich nochmal machen. Ja. Oder warte, hier, pass auf. Ich krieg das hin. Okay, ich bin Team Blau gejoint. Was passiert jetzt? Dodo. Hä? Hä? Es gibt kein gegnerisches Team? Was labert der? Ja, wir brauchen feindliche Spiele. Ey, aber irgendwie ist das schon cool gemacht. Man hat mal so eine kleine Abwechslung in Ark. Haben sie gut gemacht, finde ich. Bitte, lasst mich doof. Ja, Freunde, ich glaube, wir müssen das ein andermal verschieben, ey. Da müssen wir, wir müssen gucken, wann meine Brüder Zeit haben. Da machen wir Dodo-Ball-Urschießen. Falls es nicht zu zweit geht. Falls es zu zweit geht und es war jetzt gerade nur ein Fehler, dann schreibt es mal unten in den Kommentaren. Aber vorerst war das erstmal von der weiteren Folge Ark. Ey, wir haben einiges gelebt. Und ich hoffe, Spider-Man hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat natürlich, dann lasst auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.